Wir machen hier die direkte Schnellreise zum nächsten Bahnhof. Das dürfte der hier wahrscheinlich sein. Ja, der müsste am nächsten sein. Aber diese Schnellreise-Funktion ist so super. Was halte ich von Kritik? Sehr gut. Kritik ist sehr zu begrüßen, wenn sie konstruktiv ist. Also wenn nicht jemand sagt, du bist scheiße, weil das hilft mir nicht. Also das ist vielleicht eine Meinung, aber das ist keine Kritik. Eine konstruktive Kritik ist, wenn man sagt, keine Ahnung. Was weiß ich. Machen wir Hauptmissionen. Nein, ich würde jetzt begrüßen, wenn du mehr Hauptmissionen machen würdest und weniger Nebenmissionen machen würdest. Das ist auch seine konstruktive Kritik, die mir jetzt aber nichts bringt, weil ich mit der Hauptmissionation-Deck bin. Kein Brief gelangt ohne Halt. Spiel, was willst du von mir? Ich werde etwas verwirrt. Da ist der Arzt. Okay. Kein Brief gelangt ohne Halt am Tor in dieses künstlerische Schloss. Ah, Tor. Tor, klar. Briefkasten. CJ Walker Park. Kenne ich. Ist oben in Haarlem. Schön, mal wieder nach Haarlem zu kommen. Unter dem Korb, wo du fliegen lerntest, findet die Reise ihr Ende. Der letzte. Mann, das soll nicht schon vorbei sein. Finde ich auch nicht. Finde ich auch blöd. Abschluss. So, wo ist... Ach, hier ist es direkt hier. Da können wir direkt hinschwingen. Du und Finn habt gewitzelt, dass es eine Krönungszeremonie wird, als ihr das Artspace-Gebäude saht. Deine Mann und ich waren so stolz. Unser Sohn und unsere beinahe Tochter als Klassenbeste. Klar, ihr beide wart traurig, weil ihr auf verschiedene Highschools gehen musstet. Aber weißt du was, Mannes? Die Freundschaften aus der Jugend, die Echten, die Halten. Du und Finn findet einander wieder. Vielleicht dauert es ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Ein Hinweis noch. Du bist bestimmt schon gespannt auf das Ziel. Finn und ich haben uns wiedergefunden. Nur nicht so wie Dad meint. Nicht ganz, nein. Taube! So, wir sind auf jeden Fall schon bei der nächsten Sache hier. Was war der Hinweis? Das ist er. CJ Walker Park. Unter dem Korb, wo du fliegen lerntest, findet die Reise ihr Ende. Hm. Basketballkorb. Die Frage ist, welcher? Ah, hier. Direkt schon. Das ist wohl der letzte. Das war easy. Mann. Echt tolle Erinnerung. Und so kommen wir zum Schluss. CJ Walker Park. Weißt du noch, wie wir hier Basketball gespielt haben? Dein Onkel hat dir das Dribbeln beigebracht. Und ich habe dir gezeigt, wie man mit voller Wucht deinen Korb wirft. Ich werde nie vergessen, wie du und Finn mal deine Mom ausspielen wolltest. Dieser Ort erinnert mich daran, dass nur eins zählt. Egal wie verrückt das Leben wird. Die Leute, die man liebt. Du, deine Mom, Finn, Genki. Sogar dein Onkel. Behalte die, die dir wichtig sind in deinem Herzen. Dann machst du nichts falsch. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist der Grund, warum ich tapfer bin. Schöne Erinnerung auf jeden Fall. Für Miles an seinen Dad. Hayley war da gerade eben auch wieder. Joa, diese Mission hätten wir auch abgeschlossen. Das hatte ich nicht erwartet. Da wird er direkt emotional. Der Miles kann man natürlich auch verstehen. Alles Gute zum Geburtstag, Miles. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es bis zum Ende geschafft. Wir verdanken dir meinen Mut. Liebe Dad. So, gab es sogar eine Silbertrophäe. Hey, Miles. Was gibt's? Hey, Mom. Ich bin fertig mit der Schnitzeljagd. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Kurz füllt dir es sich an, als wäre er wieder hier. Er ist immer hier, Michon. Hab dich lieb. Hab dich lieb, Ma. Das war ein Huhn gerade eben. Okay, das tut mir leid. War es ein Perlhuhn oder so. Das da an der Wand. Für mich sah es aus wie eine Taube. Aber kann auch was anderes gewesen sein. Entschuldigung. Wenn ich das falsch deklariert habe. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die Prawler-Aufgaben. Die Audio-Stampels, die verraten ja auch noch mal so ein bisschen Hintergrund-Story zum Prawler. Und auch zum Miles-Faller auf jeden Fall, warum sie sich zerstritten haben und so. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns die doch auch mal an. Da vorne ist er. Nächste, dann machen wir das doch gleich hier mit der Schnellreise nach Harlem. So, ab nach Harlem. Geh, fühlt mir gut hier. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Parts das hier werden. Wahrscheinlich immer so halbe Stunde Parts. Wahrscheinlich die Parts jetzt ein bisschen länger hier. Werde ich ein bisschen länger schneiden, weil ja hier eher Suchaufgaben sind. Normalerweise mache ich hier immer Parts mit Story ein bisschen kürzer, weil da mehr passiert. Und Parts mit Suchaufgaben immer ein bisschen länger. So, na dann. Suchaufgabe gestartet. Warten wir mal, haben wir da nicht einen Anzug bekommen? Da haben wir jetzt gar... Was haben wir jetzt dafür bekommen gehabt, dass wir die Postkarten alle geholt haben? Programmiererbar. Da haben wir jetzt gar nichts bekommen gehabt, oder? Dafür, dass wir die alle geholt haben. Dann holen wir uns mal wieder einen Katzenanzug. Den wollt ihr ja eh mehr sehen. Auf den Anzug sind wir hier auf jeden Fall noch gespannt. Aber den gibt es erst, wenn wir die Audio-Samples alle gesammelt haben. Von daher nehmen wir uns jetzt die Katze und sammeln die Audio-Samples. Okay. In welche Richtung müssen wir drehen? Original. Das ist auf jeden Fall die Bahn. Das ist auf jeden Fall die Bahn da hinten. Da ist es auf jeden Fall die Bahn da vorne. Ich bin schon zu weit weg. Das war nicht die Bahn. Ja, das ist nicht die Bahn war, Spidey. Relativ sicher, dass es die Bahn war. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht in der Nähe. Hä? Das war doch Safety Bahn. Also für mich klang das wie Bahn. Aber anscheinend sind wir nicht nah genug dran. Vielleicht ist es auch der Verkehr da unten. Quelle, Quelle blockiert. Okay, scheint dann doch eher in die Richtung da unten. Etwas Mechanisches vielleicht? Aber was? Was? Was Mechanisches? Was gibt es hier so Mechanisches, was wir hier hören könnten? Muss auf jeden Fall da unten irgendwo sein. Irgendwo hier muss es sein. Ich verstehe noch nicht ganz, in welche Richtung es sein könnte. Vielleicht diese Sicherungskasten? Nee, da hinten. Da hinten ist es auf jeden Fall. Aufnahme bereit. Das kann nicht stimmen. Aufnahme aufnehmen. Guter Rhythmus, aber nachts wird normalerweise nicht gespielt. Sag doch, was war nicht das? Es ist die U-Bahn. Es ist Safety U-Bahn. Okay, wir spielen nochmal ab hier. Alle Himmelse Richtungen mal uns drehen. In der Nähe fährt eine U-Bahn. Es ist bestimmt die U-Bahn. Da war was. Da habe ich gerade was gesehen. Irgendwo habe ich da gerade was gehört. Was auf der U-Bahn ist? Da hinten, glaube ich. In der U-Bahn ist eine Zeitge... Ach, das Feuer ist es. Okay. Hier drüben ist es nicht. Keine Übereinstimmung, kein Feuer. Oh. Okay, dann doch wieder in die Richtung gehen hier. Wo hören wir denn hier überhaupt noch was? Da ist was. Da ist was. Zu weit weg. Sorry, ich muss mal durch. Aber die Richtung ist richtig auf jeden Fall. Ich muss auf einen Zug warten. Nah genug ran, um ihn aufzunehmen. Okay. Ach, da kommt die Quelle. Da kommt die Quelle auch schon. Ich habe doch von Anfang angesagt, dass es der Zug ist. Ja, nimm auf. Nimm auf. Nimm auf. Ja. Nimm doch auf. Ach, fährt der einfach wieder weg. Ich glaube es ja nicht. Bin ich gläubig? Nein, bin ich nicht. Ach, komm, hey. Ja, ich verlasse die Mission. Aber ich muss warten, bis hier wieder ein Zug kommt. So, Zug ist da. So, jetzt nehmen wir das schnell auf. Ah, Gott sei Dank. Okay, also diese Missionen, diese Suchmissionen hier, naja. Aber dein Dad und ich haben hier in der Nähe gewohnt, bevor wir in der Highschool-Nacht Brütteln zogen. Das Rattern der Zugräder, das Klitschen der Bremsen beim Anhalten und Abbiegen. Das erinnert mich an die nächtlichen Gespräche mit deinem Dad. Meistens marken wir uns aus, was wir später werden wollten. Ich wollte ein Außerirdischer sein. Denn Dad fand immer was Neues. Arzt, Feuerwehrmann, Sozialarbeiter. Er wollte den Menschen immer helfen. Ja, das hört sich nach Dan. Wie will uns mein Onkel eigentlich sagen, warum sich mein Onkel eher zerstritten hat, wenn er im Gefängnis sitzt? Entweder hat er uns irgendwo eine Nachricht hinterlassen, so eine Audionachricht, wie gerade eben. Oder er ruft uns aus dem Gefängnis an. Das ist ja vielleicht auch möglich. Hey Danny-Fans, dies ist meine vierteilige Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat ein Underground-Versteck in der Upper East Zelt ausgehoben und ich habe Beweise gefunden, dass ich früher mit Tombstone's Gang kooperiert habe. Das ist schön für dich. Deine Mom wohnte hier nach dem College, wusstest du das? Sie war schon mit deinem Dad zusammen. Wir verbrachten hier viel Zeit. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus begleitete uns. Ein sanfter Beat. Zu nah. Ach, das ist die Eisenbahn, ist das? Es ist die Eisenbahn. Ja, es ist definitiv die Eisenbahn. Okay, diesmal finden wir es aber schneller. Ist nicht so schwer wie beim letzten Mal, glaube ich. Zu weit weg. Immer noch zu weit weg. Hä? Wo ist das denn? So. Wir kommen der Sache näher. Wir sind wieder zu nah gewesen. So, jetzt mal bitte abspielen. Wieso kann ich es denn schon wieder nicht aufnehmen hier? So, schauen wir mal, ob wir hier die Quelle finden. So, das ist genau der Ton, den wir brauchen. Kann ich jetzt bitte das auch aufnehmen? So, hier ist er doch. Na, komm. Zu nah sind wir jetzt wieder. Spiel, ey. Also diese Aufgaben, die sind auch aus der Hölle. Aus der Hölle höchstpersönlich gemacht. Aber ich will jetzt den Anzug haben. Von daher, gib mir mehr von dem, was du hier... Oh, das sind die Eiszapfen. Ne, das sind die Eiszapfen. Quelle blockiert. Bisschen weiter weggehen. Vielleicht... Ah, natürlich. Vom Hausdach ging es nicht, aber von hier unten geht es. Na klar. Ja, unauffällig. Sehr unauffällig. Sehr, sehr unauffällig. So, die nächste erwartet uns im Central Park. Ein guter Beat. Unser Leben damals war gut. Wir dachten, es würde immer so bleiben. Meine Mom fing als Lehrerin an. Mein Dad wurde Polizist und ich machte mir gerade als Prawler einen Namen. Wir hatten alle so unsere Geheimnisse. Aber nichts wird ewig. Mein Dad und ich nahmen uns jobmäßig zu oft in die Quere. Onkel Aaron, wenn du irgendwas anderes gemacht hättest, hätten Mom und Dad voll hinter dir gestanden. Und wir sind auch schon beim nächsten Punkt angelangt. Die Idee für das hier kam von deinem Dad. Etwas, was immer in diesem Park zu finden ist. Einzeln leise, aber als Gruppe laut. Als Gruppe laut? Tauben. Tauben. Definitiv Tauben. Nein, bleib da. Okay, nicht die Tauben. Hier drüben ist es nicht. Okay, okay. Da haben wir was. Zu nah. Eisläufer. Die sind eigentlich nicht so laut hier, die Eisläufer. Sieht auch irgendwie anders. Nee, sieht auch vom Ton anders aus. Der ist es definitiv nicht, der Eisläufer da vorne, oder? Nee, das ist er nicht. Das ist nicht der Ton, den wir suchen. Wir suchen einen anderen Ton. Nee, ich bin schon zu weit weg. Da ist was. Da sind wir aber zu nah dran wieder. So, oh, da war gerade Aufnahme bereit. Nein! Ich muss immer ganz schnell die rechte Taste drücken, dass man... Ich finde, die Bäume machen einen fetten Beat auf jeden Fall. Es gibt bestimmt... Es gibt bestimmt auch irgendeinen coolen Beat. Aber ich glaube, das ist einfach zu leise. Ah, ich muss mich unsichtbar machen bei den Tauben. Ah. Das kann natürlich sein. Oh, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Oh, da hätte ich lange gesucht. Haha, nice. Wie habt ihr das aufgenommen? Aber ich hatte recht gehabt. Die Tauben waren... Die Tauben waren meine erste Idee. Die Tauben waren meine erste Idee. Taubenflusterer? Es ist ewig hier. Noch vor der Highschool. Wir hingen im Park rum und jemand ließ einen Hotdog fallen. Wie immer stürzten sich sofort von allen Seiten Tauben drauf. Dein Dad blieb stehen. Er sagte, Aaron, hör doch mal, das klingt wie Musik. Am nächsten Tag strummerten wir auf der Suche nach Beats durch ganz Manhattan. So wie du jetzt. Ich weiß noch, als sie mir gezeigt haben, wie man samplt. Onkel Aaron hatte die Technik. Dad, das Ohr für Musik. Alles klar. Und da vorne ist auch schon wieder die nächste. Die nächste Audio-Herausforderung. Jetzt kommt was Gutes. Dein Dad und ich hingen oft hier ab und hörten zu, wie die Feuerwache zum Leben erwachte. Genau das brauchst du. Bei der Feuerwache. Du hast mich. Ja, das ist schade. Das ist erster Weg zur dunklen Seite und so. So, bei der Feuerwache sollen wir hin. Gehen wir mal zur Feuerwache. Irgendjemand von den Feuerwehrautos. Ne, da drüben ist noch irgendwo was. Das Auto kann... Es kann ja nicht ein Auto sein. Es muss irgendwas anderes. Das ist bestimmt die Uhr, oder? Ja! Ich glaube nicht, dass er das meinte. Nein. Aber vielleicht für einen anderen Track. Du strengst dich in Harlem ja richtig an als folgige Spinne aus dem Land. Hier drüben ist es nicht. Ja, ist okay. Ich bin ja auch schon wieder auf dem Weg zurück hier. Ja, ist er irgendwo hinter mir. Der hat dazu veranlasst, Polizist zu werden. Also, wir haben die Hälfte geschafft. Er sagte ihm, er wäre nicht verklemmt genug dafür, aber er wollte die Dinge von innen heraus verbessern. Dafür hat er alles gegeben. Du hast viel Gutes getan, Dad. Kommt in Zukunft nochmal ein Lego-Let's-Play. Natürlich, spiel es uns nächstes Jahr Lego-Star-Wars-Die-Skywalker-Saga, aber auch noch jede Menge andere Lego-Let's-Plays. Werd's natürlich geben. Ich werde das auch. Keine Sorge. Lego ist natürlich immer noch ein großer Bestandteil meines Kanals. Macht ja immer noch Spaß. Wir haben ja noch viele alte Spiele, die wir nicht auf 100% gespielt haben, die man noch theoretisch auf 100% spielen könnte und so weiter. Manche habe ich auch noch gar nicht gespielt, manche Spiele. Hey Leute, das ist ein Teil der Reihe Underground-Nachrichten. Ich recherchiere mit Spidermans Hilfe, wer der Underground ist oder was sie wollen. Wow, da waren wir auch noch nicht so oft hier. Okay, der Underground hatte ein Riesenproblem mit den inneren Dämonen. Und zwar aus anderen Gründen. So, Times Square ist vorbei. Das war Vorziehungsübernahme und lange bevor die Leute wussten, wer der Underground ist. Sie wollten Respekt, Glaubwürdigkeit, wie auch immer man das nennen will. So. Dann samplen wir mal wieder. Da kann man sich gut mit jemandem treffen oder jemanden verlieren. Du brauchst ein Geräusch, das nach elektrischem Strom klingt. Ein Strom? Ich könnte mit Venom cheaten. Nee. Ich glaube, wir haben den Strom aber schon gefunden. Nein! Du sollst weg von dem Ding gehen. Aber das ist, glaube ich, genau das gewesen, diese Amerika-Flagge da. Zu weit weg. Jetzt bin ich schon wieder zu weit weg, echt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Perfekt. Oh, das war schnell gefunden. Sehr gut, sehr gut. Das hätten wir auf jeden Fall gefunden. Damit sind es nur noch drei, wenn ich nicht richtig zählen kann. Sag jetzt nicht, dass ich mich gerade verzählt habe. Eins, zwei, drei sehe ich jetzt gerade noch. Nachdem ich mich Prowler nannte, traf ich damals meine erste Klientin unter diesem Schild. Die Neonflagge ist kaum zu verfehlen. Und in der Menge kann man gut untertauchen. Ich sollte ein Gemälde stehen. Als ich mich umsah, traf mein Blick den deines Dads, der weiter weg stand. Er sagte kein Wort. Er lehnte sich um und ging. Er wusste nur, dass ich ein Dieb war. Mehr nicht. Aber das reichte schon. Er ahnte bereits, was aus uns werden würde. Lange vor mir. Wenn du vorher die Kurve gekriegt hättest, hätte er dir verziehen. Das weiß ich genau. Punktlandung. Nice. Hat geklappt. Bei diesem Geräusch komme ich immer in Feierstimmung. Dabei gibt es nur die Zeit an. Das fand dein Dad auch. Also mussten wir es aufnehmen. Etwas, das die Zeit anzeigt. Okay. Wo ist hier eine Uhr? Hier ist anscheinend keine Uhr. Alles klar. Aber wo ist denn eine Uhr? 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 Irgendwo muss hier eine Uhr sein. Uhr, 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 Uhr. Uhr, 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 Uhr. Wunderbar ist das so eine schöne Uhr beim Ghostbusters-Quartier. Hauptquartier. Wieso könnten wir die nicht nehmen? Das ist auch nicht der richtige Ton. Kann man zwar aufnehmen, aber ist nicht der richtige Ton. Handy-Töne zeigen auch andere Dinge an. Muss also etwas anderes sein. Ja, es muss irgendwo eine Uhr sein, die Tick-Tack macht. So, vielleicht haben wir von hier oben eine bessere Übersicht. Ist da unten keine Uhr? Echt nicht? Vielleicht in irgendeiner von den Gebäuden da an der Saar. Ach, der Kirchturm muss auch... Ich hätte jetzt gewettet, dass die Uhr da irgendwo in der Kirche dran ist, aber... ...wenn ich da gewettet hätte, hätte ich mich verwettet. Das wäre nicht gut gewesen. Wo gibt es denn hier noch was? Bei dir gibt es nichts mehr? Du gibst hier keine Töne von dir? Nee. Ich glaube nicht. Was ist denn hier eine Uhr, bitteschön? Hm. Ja, die Kirche hatte ich vorhin doch schon. Da ist doch keine Uhr dran, oder? Nee, die Kirche ist definitiv nicht. Also Kirche wäre auch meine Idee gewesen, weil Kirche, Uhr ist natürlich logisch. Kirchturm, Uhr. Aber, nee. Wir gehen wir nicht. Doch. Ach, die Glocken. Ah. Naja, die Idee mit der Kirchturm-Uhr war ja schon nicht ganz verkehrt. Schatz sagt auch... Kirchturm sagt auch, äh, Uhr, äh, sagt auch Kirchturm, alles klar. So. Na gut, dann auf zur vorletzten, in Chinatown. Die Glocken erinnern mich immer an das letzte Mal, als ich hier war. Dein Dad hatte gerade die Polizei akademie geschafft. Ich sparte mir die Zeremonie und traf ihn später hier. Hab Milchshakes spendiert. Erdbeer für ihn, Erdnussbutter für mich. Oh, Erdnussbutter-Shake. Also ich bin also gar kein Freund von Erdnussbutter. Erdnussbutter-Shake. Uuuh. Keine Ahnung, warum ich das noch weiß. Er sagte, er könne mich bei Schwierigkeiten jetzt nicht mehr decken. Ich meinte, ich hätte mit diesem Leben abgeschlossen. Ich hab gelogen. Aber er glaubte mir erst mal. Oder zumindest tat er so. Ihre Beziehung wurde echt kompliziert. Offensichtlich, offensichtlich. So, 300 Meter noch. Und dann sind wir hier auch schon am Ziel. Nee, JJ, jetzt nicht. Meine Quelle zufolge sind die Underground-Aktivitäten enorm zurückgegangen. Und Tinkerer gilt offiziell als tot. Wir haben den Sturm des Jahrhunderts überlebt und unsere Wunden heilen. Aber New Yorker müssen immer wachsam sein. Wir sind die beste Stadt der Welt. Und deshalb wird es immer Irre geben, die sich einen Namen dadurch machen wollen, dass sie die Ruhe unseres Alltags stören. Gerade noch spült man sich einen leckeren Bagel mit allem, mit einer frischen Tasse Pana Fuerte Kaffee runter. Und urplötzlich laufen nicht ein, nein, zwei maskierte Missetäter am Fenster vorbei. Und man lernt auf die harte Tour, dass siedend heiß, zwar toll in der Tasse, aber echt mies auf der Hose ist. Also ich für meinen Teil werde die Öffentlichkeit weiter über derartige Krisen aufklären und über alles Schlimmere, das noch kommen mag. Nach viel Eikon-Therapie kann ich mittlerweile akzeptieren, dass es zwei... ...zwei Spider-Man gibt. Aber glauben Sie mir, ich werde Ihnen weiterhin nichts durchgehen lassen und als erster darauf hinweisen, wenn Sie Mist bauen. Und das werden Sie. Oft. Das ist mein Versprechen an Sie. Und hiermit verabschiedet sich J. Jonah Jameson. Bis zum nächsten Mal. Ach, Servus, J.J. J. Das klingt auch ganz gut hier, der Beat da, oder? Das könnte doch sein von den Wellen her. Ja, wir haben es direkt gefunden. Nice. Was? Oh Mann, oh. Wo gibt es denn hier einen helleren Beat? Hellerer Beat, hellerer Beat, hellerer Beat. Da finden wir zumindest irgendwas. Wo ist der hellerer Beat? Da ist irgendwas blockiert. Ah, in der Gasse. Ah, ich glaube wir haben es. Ah, die höheren Töne hier. Ja, weil ich zu nah dran bin. Aber irgendwo hier in Chinatown. Da sind wir gut dabei. Ach, die Dinger. Die Dinger sind das hier. Haha, haha. Das ist gut. So, jetzt fehlt uns nur noch eine einzige Sache. Dann haben wir alle Audio Samples geschafft. Ging ja gar nicht. Ging ja relativ flott. An diesem Platz bekam ich... Entschuldigung, zwei fehlen uns noch. Hä? Habe ich einen übersehen gehabt? Oder wird uns der letzte erst in einer Nebenmission freigeschaltet? Wahrscheinlich das. Ja, das wünschte ich. Ich auch. Vielleicht hättet ihr euch da nicht zerstritten. Und mit uns beiden wäre auch alles gut. Mann. Tja, das wäre natürlich praktisch gewesen. So, wir machen noch eine ganz kurze Schnellreise hier direkt runter in das Finanzviertel zurück. Und da sind wir auch schon kurz. Sind wir auch schon. So, äh, da wollen wir hängen. Genau, da geht's lang. Da sind die nächsten Meter, die wir zurücklegen müssen. Um hier erfolgreich... Unsere letzte Sache. Ah, das ist die vorletzte Sache zu finden. Ach, hier drinnen ist es. Ha. Sehr witzig. Alles klar. So. Wo ist es? Was fehlt uns noch? Viel Spaß hiermit. Hier traf ich mich immer mit einem Stammkunden. Während ich wartete, hörte ich diesem Geräusch zu, das einen strikten Zeitplan einhielt. Ein planmäßiges Geräusch. Hm, okay. Die Flagge ist es nicht. Was ist hier planmäßig? Ich hab's gefunden. Irgendwo hier muss es sein. Was zur Hölle ist es? Ne, ich muss näher ran. Ich bin zu nah dran, okay. Irgendwas da oben. Acht, die Dings ist es hier. Ah, der Geldautomaten... Ne, das ist nicht... Ja, okay. Nicht das, was ich suche. So. Gucken wir mal. Was hier sonst noch... Ups, Spidey, das soll ich vielleicht nicht tun. Was hier sonst noch immer zur selben Zeit losgeht. Wir sind nur über Leute, die miteinander quatschen. Achtung, Wortwitz. Ja. Ich hab leider auch gerade keinen Plan. Ah, vielleicht ein Hotdog-Stand. Nein, der Hotdog-Stand ist es nicht. Ja, vielleicht ist es hier draußen. Das könnte natürlich sein. Schauen wir mal. Hier scheint nix zu sein. Vielleicht ist es doch der Hotdog-Stand. Hotdog-Stand, bist du's? Ne, Stand... Stand... Warte, da vorne ist... Da war's doch gerade eben. Hä? Zu nah? Wo bin ich zu nah? Das ist die Fähre? Ne, die macht einen anderen Ton hier. Ne, ich bin schon zu weit weg. Ach, zu nah. Ach so. Ah, aber es ist die Fähre da hinten. Aber ich muss hier von hier aus irgendwo machen. So, mach mal hoch hier. Ah, die Fähre ist es. Immer noch zu nah. Ach, komm. Wie weit muss ich denn da weg? Ich muss mir erst einen Punkt suchen, von dem ich sie noch gerade so... Ah, jetzt bin ich zu weit weg. Okay, wir gehen noch ein bisschen hier nach da. Dann haben wir sie aber gleich markiert. Das ist immer gleich hier richtig. Jetzt sind wir wieder zu weit. Ach, komm. Kann doch nicht sein, dass es hier so Millimeterarbeit ist. Na, jetzt haben wir es doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Die Fähre. Natürlich. Der Kunde, den ich hier traf, kam mit der Fähre aus Jersey. Ich verdiente gutes Geld, bis er irgendwann aufflog. So erfuhr dein Dad letztlich auch vom Prawler. Nicht, dass ich es war, sondern... dass ein Dieb in den Jogs ein Unwesen trieb. Dein Dad meldete sich freiwillig für den Fall. Er kam mir langsam auf die Schlüge. Ich musste mich entscheiden, was schlimmer wurde. Es ihm zu sagen oder mich schnappen zu lassen. Ich an seiner Stelle... wüsste nicht, was ich tun soll. Das war sicher nicht der einzige Grund. Schon gar nicht, wenn er es zugegeben hat. So war Dad nicht. Wie ein Spider-Man. Hey, Kleiner. Jetzt hast du fast alles für den Track zusammen. Du hast leider den Ort freigeschaltet, an dem du das letzte Puzzleteil findest. Viel Spaß. Der Ort, an dem wir gekämpft haben? Weckt nicht die besten Erinnerungen. Alles klar. So, ich suche gerade noch die Kiste, weil ich gerade schon hier bin. Sollte ja nicht so schwer zu finden sein. Zum Ansehen drücken. Okay, ich kriege das Fernsignal irgendwie nicht mehr weg da. So, jetzt ist es weg. Sehr gut. Jetzt kann ich nochmal hier so raufgehen. So, 9 von 10 Audio Samples haben wir auf jeden Fall. Ein letztes Sample müssen wir uns noch holen. Mal kurz hier hoch. Ne, wo muss ich hin? Hä? Ach, da ist die Kiste. Da drunter ist die Kiste. Ah. Ah, das müssen wir hier wegschieben. Ah, okay. Schieben wir es wahrscheinlich selber erstmal mit weg. Ja, das war klar. Egal. Wir haben es irgendwie drüber geschafft. War genauso geplant natürlich. So, einmal bitteschön hier die Kiste holen. So, öffnen. Wunderbar. Das ist gut. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht. Mit dir seien, Servus.